Der Polacke tickt aus, halt deine Klappe, du Clown. Es dauert nicht mehr lange und ich mache Patte mit Dan. Bei uns rennt, bei uns rollt, bei uns fliegt, fliegt. So, meine Freunde, servus. Ähm, ja, ich muss nochmal auf den Livestream von Moria gehen, den er Samstag da rausgeschossen hat. Wir waren ja auch Samstag live, knapp sieben Stunden. Hatten richtig Spaß und so, richtig geile Community. Hat richtig Bock gemacht, ohne Witz. Ähm, ja, und dann hat doch der Morio gesagt, ich hätte von wegen keinen Führerschein und dies und das und hin und her. Hatte ich ihm ja im Livestream dann in die Kamera gehalten. Danach hat er ja nochmal einen Livestream gemacht. Das hat er jetzt zum Video hochgeladen. Und hier behauptet nun der Mo, er hätte niemals gesagt, dass ich meinen Führerschein zeigen soll. Und das wollte ich jetzt gerade mal noch widerlegen, weil darauf beharrt ja der Mo immer so, dass man ihm Fakten hinlegt. Und das werden wir jetzt einfach mal tun, okay? Ich schau mal, er kann, mich, man in den Stream kann niemand stören. Das ist ja genau der Punkt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall werde ich wieder mal in die Schweiz fahren. Und habt ihr ja gesehen, jedes Mal, wenn die Leute mich da stören wollen, haben sie sich selber abgenommen. Das ist ja das. Deren Leben besteht nur mehr als Mo 86. Und meine Sprüche klauen die. Habt ihr auch gesehen? Habt ihr auch gesehen, dass die meine Sprüche klauen? Wir klauen nicht deine Sprüche, Mo. Der ein oder andere Spruch von dir ist echt lustig. Und den benutzen wir dann halt öfters, ne? Das ist halt so die Sache. Mehr ist das nicht. Wir klauen nicht deine Sprüche. Wir klauen gar nichts von dir. Wir gucken uns nichts von dir ab. Das ist nämlich dein Part, weil du guckst jedes Video von uns und tust das dann machen, was wir sagen. Wir haben dich nämlich genau da, wo wir dich haben wollen. Und das wird auch noch so bleiben. Stabil machen und Dünsch ist Gurgler. Und das und das. Bitte, lasst euch selber Sprüche einfach in die Arschgesichter. Ihr Tauernlutscher. Du Dünsch ist Gurgler, du. Das ist das. Ihr Dietzenbacher Vollzeitopfer. Na, lass das mal nicht allen aus unserer Stadt hier sehen, ey. Deswegen, nein, Gabriel Schweitzer. Kein Problem, du kannst mir gerne immer reinschreiben, diese Sachen. Aber mir ist das egal. Er habe ich auch nicht gegen dich gemeint. Das ist genau der Punkt. Sammy ist der größte Junkie, den es gibt. Und ich habe auch niemals gesagt, er soll seinen Führerschein da zeigen. Habe ich niemals gesagt. Hast du nicht gesagt. Okay, ich blende es hier gerade mal kurz ein. Ich habe das jetzt mit dem Handy vom Livestream aufgenommen. Weil der Livestream geht knapp sieben Stunden. Das runterzulang, das hätte jetzt über eine Stunde gedauert. Ähm, ja. Hier der Beweis, ne? Ich schwöre auf alles. Und das sind, die sind drauf. Warum hat er jetzt keinen Führerschein? Ich habe einen Führerschein, Bro. Warte, ich packe ihn sogar mal aus. Warte mal. Ah ja, ich habe den gerade nicht gefunden. Nein, Spaß hier. Ich habe ihn in der Hand. Ich muss nur mal verdecken kurz. So. Oh, hier. Siehst du meinen Führerschein, Mo? Ich habe einen Führerschein. Im Gegensatz zu dir. Und ich habe den schon ziemlich lange. Ich habe den mal einen Monat abgegeben. Ja, das ist richtig. Aber das ist nicht das erste Mal. Ich habe ihn schon hundertmal abgegeben. Weil ich halt ein schnelles Auto fahre. Im Gegensatz zu dir. Ich muss nicht schnell unterwegs rumlaufen. Okay. Gut, weiter. Habe ich dir jetzt was bewiesen, Mo? Ich glaube schon. So, weiter. Warum hat er keinen Führerschein, soll er zeigen, wegen Drogen? Warum hat er keinen Führerschein, soll er zeigen, wegen Drogen? Hm. Ich habe dir gerade meinen Führerschein gezeigt. So, Mo. Also scheinbar weißt du schon gar nicht mehr, was du redest. Du weißt gar nicht, was du geredet hast gestern. Dein ganzer Stream, dein zwei oder drei Livestreams hast du gemacht. Ja. Und ey, du hast so viel Scheiße von dir gegeben, das ist nicht mehr lustig, okay? Aber gut, wir schauen weiter. Es wird nämlich noch gleich sehr interessant. Ähm, ich werde jetzt auch mal das alles hier ein bisschen schneller machen. So. Wir schauen weiter. Du schießt ja auch sehr, sehr hart gegen, äh, Cengiz, seinen Manager. Was ich auch überhaupt nicht korrekt finde. Du kannst ja ihn beleidigen, schön und gut. So wie ich dir auch immer wieder sage, beleidige mich. Oder beleidige einen Vollernz oder wen auch immer. Aber lass die Familie raus. Weil was hat unsere Familie damit zu tun? Aber gut, es kommt jetzt gleich. Also das sind sehr harte Worte, Leute. Macht euch schon was gefasst. Wir melden dieses Schwuchtel. Ist doch so. Frage ihm doch den Werner. Er weiß was, was im Hintergrund geht. Er weiß doch. Ist doch so. Genauso wie der Eckerl ihn weiß und so. Aber wieder wollten wir ein Spielchen machen über Cengiz, das und das. Ich weiß nicht, ob diese Lina-Sache da dazwischen gekommen ist. Oder was auch immer. Weil ich habe mich dann mit dieser Lina-Sache mit ihm beschäftigt. Und das ist genau der Punkt. Die Taschko ist immer auf Typen drauf. Ihr wisst in welcher Stellung. Nackt ist sie öfter auf Typen drauf. Und wieder muss ja meine Frau mit reinziehen. Ja, und sie ist sehr oft nackt auf mir drauf. Und das ist auch sehr schön, Mo. Sowas wirst du aber nie erfahren, wie es ist, einen glatten, schönen Körper auf die zu haben. Weil du hast immer irgendeinen beharten Körper. Scheinbar den von deinem Bruder hast du immer auf die drauf. Und von daher, das ist einfach nur purer Neid, Mo. Mehr ist das nicht. Aber gut. Vielleicht schicke ich dir aus dem Urlaub ein schönes Bild von mir und meiner Frau am Strand. Die Taschko. Die Naschko-Taschko. Und ich kann nur sagen, das sind Arschgesichter. Dünschies-Gurgler. Und ihr seht ja, wo ist Rot-Weiß? Wo, wo? Groß labern, das und das. Bei denen auf große Nummer machen und dann irgendwelche Pädos schützen. Pädos schützen. Und wo ist die Anzeige? Wo ist die Anzeige? Man zeige. Wo, wo, wo? Wo ist da was rausgekommen? Wir kehren Pädosachen unter dem Tisch. Also nochmal, wir kehren keine Pädosachen unter dem Tisch. Hätte sich jetzt herausgestellt, dass dieses Video wirklich echt ist, was es ja nicht ist. Das sind ja Fakten. Der Full-Lens hat das ja auch mit einem Bearbeitungsprogramm herausgefunden. Und so viel ich weiß, wird der Cengiz das jetzt auch wirklich zu so einem Ton-Fuzider geben, der das wirklich analysiert. Der hat mir da auch gestern irgendwas geschickt per Handy, dass es da scheinbar eine Firma gibt, die sowas machen. Und spätestens dann sollte das ja klar sein. Gut, das mit der Anzeige, da muss ich Mo sogar irgendwo recht geben. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn mir sowas, also wenn ich beschuldigt werde zu sowas und ich war es zu 100% nicht, dann würde ich auch wegen dieser Sache, weil das ist eine sehr krasse, ekelavte Anschuldigung. Ich würde wegen nichts zur Polizei gehen, aber wegen sowas würde ich glaube ich auch zur Polizei gehen und würde eine Anzeige machen. Weil, Leute, das kann sehr krass nach hinten losgehen. Ja, es kann jeder x-beliebige sich jetzt in den Kopf schießen, ey, den müssen wir jetzt klatschen oder was weiß ich was. Wisst ihr was ich meine? Also bei dem Punkt gebe ich Mo schon recht, nur Mo steigert sich ein bisschen zu krass da rein. Ich bin weder auf Speed, weder auf Kokain, weder auf Kiffen oder sonst was. Also ich trinke gelegentlich mal einen über den Durst, was auch nicht oft vorkommt, weil meine Frau mir dann immer gerne mal die Zähne raushauen will. Weil sie kann es überhaupt nicht leiden, wenn ich eine Fahne habe. Soviel zu dem Thema nochmal Mo, damit das auch klargestellt ist. Mein Bester, du erzählst sehr viele Lügen, 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 Lügen. Du passt echt gut in dieses Team Ali Osman und Issa, da in dieses Kloserum, Alter. Wie er ausschaut, mit seinen Fake-Klamotten. Bitte, hört auf. Mit seinen Fake-Klamotten, ach Mo, Alter, komm, ich bitte dich. Wie gesagt, wenn du willst, wenn du drauf bestehst, mache ich gerne mal so ein Tagesvideo, so ein Vlog oder wie man das nennt. Und dann laufe ich mal aus der, ja okay, jetzt bin ich hier mehr oder weniger in Wohnung, Büro, was auch immer, wie man es nennen mag. Dann laufe ich runter in die Tiefgarage, mache einen Vlog, fahre mal mit meinem Auto eine Runde um den Vlog. Keine Ahnung, zeige dir meinen Kleiderschrank. Und ja, du hast sogar recht, ich glaube, da ist so das ein oder andere T-Shirt vielleicht dabei, was wirklich gefälscht ist. Aber ansonsten ist sehr vieles original, weil ich das immer sehr günstig geschossen bekomme. Da das meiste Zeug vom LKW gefallen ist. Aber ich, Digga, es steht auch gar nicht zur Debatte, ich meine. Digga, ich laufe auch mit dem Aldi-T-Shirt rum, mich juckt das überhaupt nicht. Solange das T-Shirt gut aussieht, ziehe ich es an. Mich interessiert gar keine Marke, ich mache mich davon nicht abhängig. Das ist eher dein Part. Aber ich meine, du mit deiner Tommy Hilfiger-Cappy, die beim C&A für den Zwanni geschossen wird. Digga, du brauchst mir gar nichts sagen. Ja, habt ihr nicht gesehen? Das ist eine Jacke, ich schwör auf alles von 100.000 Meter, du siehst. Ja, die Gucci-Jacke, da muss ich leider enttäuschen, die ist wirklich original, du Schwachkopf. Das ist nicht, Alter, ein Nordface-Gucci. Oh mein Gott, what the fuck, Alter. Bitte. Nur weil er keine Kohle hat, vielleicht schlägst du dich mit Sachen, was du dir nicht leisten kannst. Oh Mo, guck mal, ich will nicht behaupten, dass ich Kohle habe, aber ich kann sagen, ich habe gerade hier im Haus mehr Geld liegen, wie du im Jahr verdienen würdest. Mit einem normalen Job, aber zu 100%. Er zieht, wie heißt, auf PEP, auf billigen Crystal, solche Sachen. Er hat keine Kohle für Koks. Und schon gar nicht gutes Koks, weil dann zieht er vielleicht Milchstucker mit irgendwelchen... Also das würde ich jetzt so nicht sagen, Mo, dass ich kein gutes Koks kriegen würde. Habe ich ja schon öfters erwähnt, mein bester Freund sitzt jetzt für einen Zwölfer, wegen internationalem Drogenhandel. Er war in der Unterwelt, Mo, also in der echten Unterwelt und die wurden geballert wegen Encrochat. Der saß jetzt in Hamburg die ganze Zeit im Gefängnis, jetzt wird er nach Frankfurt wieder verlegt. Ja, Mo, also wenn ich richtiges Kokain haben will, ich bekomme richtiges Kokain, ich habe die Kontakte. Aber das ist auch, ich brauche es nicht. Von daher, ich bin froh, dass ich von dem Scheiß weg bin. Das solltest du vielleicht auch. Ich habe ein bisschen Kokse drin, aber nicht mehr, glaubt mir. Ja, auf jeden Fall. Gökkan sagt, er hat nichts mit der Sache vom Cengel zu tun. Ich bin mir sicher, dass Gökkan, bevor er diese Sache war, dass er 100%ig eben am Telefonat mitzirmen hat. Glaubt mir, Gökkan hat diese Fotze, hat den Cengel jetzt vorgeschickt. Deswegen hat er auch meinen Bruder angerufen und selber auch schuld, dass diese Cengel-Fotze da die Sachen rumerzählt und so weiter, obwohl die bei mir Eier lecken kommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne als Eier lecker dastehen und fertig, fertig. Das ist genau das. Ihr seid einfach Eier lecker und nicht mehr und nicht fertig. Nicht mehr und nicht fertig. Austrian Patriot. Du kannst die Eier von deinem Vater weiterlecken gehen. Geh nach Hause, die Eier von deinem Vater warten. Wann gehst du? Die 81er. Ja, schau mal, ich brauche nicht zu denen gehen. Warum soll ich zu denen gehen? Will ich in ein Bordell? Bin ich notgehalten? Nein, will ich nicht. Wenn die was wollen, sollen die zu mir kommen. Wer sind diese Hunde? Ich habe denen gesagt, gib Stattdaten, haben die eh nicht gegeben. Auf was soll ich warten? Dass die dort hier, keine Ahnung, mit 5.000 Mann auf einem Flughafen, auf der Abflugshalle mit in den Teufel, weil die keine Ahnung haben, dass du durch Metalldetekt durchgehen muss und so weiter. Boah, von was redet er denn? Bitte, Mo. Mann, mach dich doch nicht weiter lächerlich. Du bist doch eh schon der Clown hier in YouTube. Was erzählst du da? Wer braucht für dich 5.000 Mann? Junge, für dich reicht wirklich hier einer aus unserer Stadt, irgendein kleiner 16-Neiger, der bearbeitet dich mit Stöcken und Schuhen, du Vollidiot. Mann, du, ey, Dicker, du hast wirklich so einen krassen Realitätsverlust. Das ist echt, langsam, ey, weißt du, mir macht es langsam auch nicht mehr so viel Spaß. So die eine oder andere Situation, okay, ist zum Lachen, aber so von Tag zu Tag, ich verliere irgendwie die Laune, Videos über dich zu machen oder besser gesagt, auf dich zu reagieren. Es ist echt langweilig, langsam. Es ist langweilig. Mo, du, du wiederholst dich in jedem Video, wiederholst du dich um die 40 Mal pro Thema oder pro Name. Es ist langweilig. Junge, es ist langweilig. Und ich kann dir auch sagen, dein Kanal wird so nicht mehr lange stehen bleiben. Das ist... Egal. Bitte, hör drauf. So wie deine Tipp, dass ich mich hier am Bahnhof treffen wollte. Bitte, hör drauf mit sowas. Das ist doch nur lächerlich. Cengo, schau mal, die Clubs, die wir machen. Machen da. Schau mal, Junge. Ich habe Equipment, alles. Ich habe keinen Bock, hier ein Mikrofon anzustecken, hier ein Mischpult anzumachen und diese ganze Scheiße. Versteht ihr? Weil ich genau, ich brauche, wie viel sowas. Versteht? Was willst du denn jetzt mit deinem Mischpult, Alter? Guck mal, weißt du? Hol dir so ein scheiß OBS-Programm. Ist kostenlos. Stell es ein. Dann kannst du auch ein gescheites Video machen. Schließ dein Mikrofon an, deine Kamera an. Und dann musst du auch nicht mit deinem scheiß billigen, keine Ahnung, was Samsung-Handy oder was du da hast, deine scheiß Videos aufnehmen, ja. Wenn ich ein bisschen größer bin und so, stelle ich mir mal an, der mir diese ganze Kacke macht. Ich habe da keinen Kopf dafür. Versteht ihr? Ja, stimmt, dass du das nicht kannst, ist klar. Aber ich muss gestehen, es ist auch echt abgefuckt mit den Einstellungen, Mikrofoneinstellungen. Meine sind auch. Manchmal sind sie für den Arsch, dann sind sie wieder gut. Immer unterschiedlich. Ich lasse ihn machen. Ich mache ihn nicht selber. Natürlich, er ist schon weg, er ist schon weg von Internetwelt. Er ist schon gebankt, er hat sich selber gebankt. Er hat sich in den richtigen Banksy gemacht. Er ist gebankt. Tschüssi. Tschüss. Du Kleiner. Ich schwöre, das ist nur wie kleiner Chihuahua. Du Kleiner. Du Kleiner. Das ist genau das. In den nächsten Monaten wird ein neuer Track auf jeden Fall kommen. Mehrere Tracks haben wir da schon. Wir arbeiten schon ein bisschen dran. Auf 15 oder nicht, auch wenn 20 Jahre alt. Hast du auch recht, ehrlich gesagt. Ich denke mir, Pedo44TV, Entenliebhaber, bester Mann, neuer Name, Pedo44TV, Gökhan 44Abi. Äh, Pedo44 kann sie Gökhan nennen. Ohne Scheiß, wirklich. Ja, wer denn jetzt ist der Jengis oder der Gökhan? Entscheide dich mal. Ich schnült die. Ja, läuft das Näschen, ja Mo. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie trufft du bist in jedem Stream, Alter. Immer wieder. Du hast drei Streams gemacht am Samstag. In dem ersten, ja, ging's noch so. Mit der Laune bist du zum Schluck, bist du ein bisschen ausgerast. Dann beim zweiten bist du ja komplett ausgerast. Und beim dritten komplett, komplett. Und dann ging's du wieder. Dann hast du scheinbar deine Ration wiederbekommen. Da warst du ja kurz mal weg oder so. Keine Ahnung. Also, ganz ehrlich, Mo. Ich glaube, dein Material ist nicht gut. Ja, sobald Clubmember YouTube machen, sind die sowieso weg vom Fenster. Ja, er ist sowieso. Er hat sich selber hops genommen, so wie Sele sich hops genommen hat mit seiner Kekse. Und dass er sich mit so einem Pedo getroffen hat. Und ich denke mir, was ist das? Und eins sag ich euch. Ich schwör auf alles. Das sind Menschen, glaubt nicht. Ich sehe das dem nicht. 18, 19-jährige Medien da zu Internet. Onlyfanser kommst drängen und so. Ja, wo siehst du das denn? Dann belege es doch. Du redest immer davon. Dann belege es doch, wenn du doch alles weißt. Du musst ja irgendwoher die Quelle haben. Geh doch ein bisschen anschaffen und so. Deswegen, da sind für mich ehrenlose Hunde und fertig. Und ich hab auch gesagt, arrogante Patte. Wenn er Manuel Henson gegeben hat, bester Mann, wenn er ihm gesagt hat, du Hund, Schuhe auf deinen Kopf, Schuhe auf eure Köpfe. Deswegen, seit er gegen Manuel so schießt, finde ich ihn voll sympathisch. Auch ein Mitarbeiter. Was soll ich sagen? Deswegen. Welcher Club nimmt sowas auf? Göttkan Abi 44 aus. Ja, Göttkan Abi 44 aus. Sag nichts ist für immer. Ich schwör, der Spruch war gut. Nichts ist für immer. Das ist von diesem Silo Abi, oder? Boah, Göttel. Kein Club nimmt ihn. Schaut mal. Aber alleine, dass die schon diese Hangaround-Geschichten mit ihm machen. Dass der Göttkan da mit ihm... Wie, dass die überhaupt mit ihm da diese Livestreams und so machen. Das ist schon eine Schande. Und ich kann nur sagen, ich gebe immer Leuten begrenzt Zeit. Und Göttkan ist weder aus Bochum noch Member. Von was laberst du, Junge? Bitte, hör auf. Bitte, bitte. So, jetzt tut ihn ein Zuschauer von ihm darauf aufmerksam machen, dass der Manager von Gengis Filmfeach TV, Göttkan, kein Fullmember ist. So, Leute. Ich bestätige das jetzt hiermit auch nochmal. Ich bin mit Göttkan in Kontakt. Und Göttkan ist kein Fullmember von den Hells Angels. Okay, nochmal für dich, Mo. Er ist kein Fullmember. Er hat mit den Hells Angels zu tun. Viele Leute haben mit den Hells Angels zu tun, weil sie entweder mit denen aufgewachsen sind, oder weil es Freunde sind, oder was auch immer. Oder Brüder, Verwandte, was auch immer. Nicht jeder, der mit den Hells Angels zu tun hat, hat auch mit den Geschäften am Laufen. Aber das verstehst du nicht in deiner kleinen Erbsenbirne. Also nochmal, Leute. Für euch alle. Göttkan ist kein Fullmember. Und hört auf, so einen Mist zu verbreiten, denn das ist keine Wahrheit. Also das ist nicht die Tatsache. Alter, schau mal. Das ist einfach. Die labern nur Müll, Müll, Müll. Wer schützt hier den Pedo? Wer schützt hier den Pedo? Wir haben hier die eindeutige Pedoreihe, haben wir, Junge. Verstehst du? Tag. Schau mal, wer schützt die Pedos? Hier haben wir Fullspasti, haben wir den anderen Trottel und das sind die Pedo-Freunde. Das sind die Pedo-Kids. Was soll ich dazu sagen? Das sind einfach Pedos und nicht mehr der kleine Abi. Michael Bienbaum, bester Mann. Ein Abi von mir, ein sehr bekannter Abi. Ich sehe, das habe ich aus Duisburg gesagt. Nichts ist für immer. Wir alle sind gleich. Jetzt müsste doch kommen, wir alle sind gleich. Boah, Leute. Ey, das ist so peinlich, Alter. Fremdschirm pur, ey. Wie er lacht, wie er sich freut, weil die ihn einfach nur komplett verarschen und er rafft es nicht mal. Vor allem, wenn ich immer sehe, bei ihm im Live-Chat, da sind sehr viele Leute, die auch bei mir immer im Live-Chat sind, die schon seit, keine Ahnung, seit einem halben Jahr oder einem Jahr bei mir rumschwirren und wirklich auch stabil sind, die tun den einfach nur verarschen. Der rafft es nicht. Und ich kann euch nur sagen, es ist euer Ruf, der kaputt geht, nicht meiner. Es ist euer Ruf, der kaputt geht, nicht meiner. Das erinnert mich gerade an Pietro Lombardi, Alter. Und noch nicht einmal haben die Leute meinen Arab-Munde-Gedenz gesehen. Wenn ich mal einen erfolgreichen Einbruch mache oder ihr wisst mal, wenn man eine gute Straftat gut geklingelt hat, dann macht man den Arab-Munde-Gedenz. Ihr wisst, ein bisschen abschicken, auf zurückgeblieben und dass ich... Ja, dass du zurückgeblieben bist, ist nicht zu übersehen. Gehört sogar zurückgeblieben. Jeder macht die zurückgebliebensten Move und dann wird die Beute geteilt und gezählt. Ihr wisst, der Scheid. Echte Gangster wissen das. Ich bin mir sicher, ich habe heute mit ihm telefoniert und er hat gesagt, die Leute sagen ihm, dass er nicht anzeigen soll. Und wenn er nicht anzeigt, habe ich ihm auch gesagt, ist er hundertprozentig. Und was ist los? Wurde es hier geschnitten oder was? Oder was war das gerade? Hundertprozentig an Pietro. Und mir ist es auf den Sack gegangen, wie klein seid ihr am Ende? Ja, doch, es wurde geschnitten, weil das ist, glaube ich, auch der Livestream, wo er die Cengiz-Chat-Nachrichten ausgepackt hat. Oder war das der andere? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Er hat ja drei Streams gestern gemacht, ey. Schau mal, ich schwöre auf alles. Ich sage euch, ich brauche nicht klein sein oder so. Ich weiß, er hat gesagt, er wird keine Anzeige wahrscheinlich machen und das ist das. Ja, aber Mo, was interessiert dich das? Was geht dich das an, Junge? Was geht dich das an? Es bleibt doch Cengiz überlassen, was er macht und was nicht. Es ist seine Sache, ja? Normalerweise dürften wir uns da gar nicht alle einmischen. Es ist einfach nur diese Klick-Geilheit. Es ist bei jedem so, bei mir, bei Fullenz, bei dir, bei jedem, dass wir uns auf das Thema jetzt stürzen und das Thema auch noch komplett publik machen. Klar, wenn es wirklich so ist, dass er pädophile Neigungen hat, Abstand, Distanz, tschüss, weg mit dir, aber guck mal, Leute, er hat sich irgendwo direkt gerade gemacht, hat dazu was gesagt und so, also ich weiß nicht, ob ich mich dann nochmal vor eine Kamera setzen würde, wenn mir sowas unterstellt wird und es ist wahr, ob ich mich dann nochmal zeigen würde, ja, aber, na, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie man in so einer Situation reagiert, mir ist sowas noch nie passiert und wird auch niemals sowas passieren, weil ich Abneigung habe vor sowas, ich finde sowas total ekelhaft und, na. Joselito, du Kleiner, du Kleiner, soll ich dich drin lassen oder willst du? Joselito ist immer bei mir im Stream. Verschwunde! Ein bisschen Arbmundeigend gehört auch dazu, ihr wisst, das Scheiße, deswegen sage ich, ich habe mich noch nicht einmal wirklich gut in Action gesehen, ich bin wirklich nochmal sehr gut drauf, sehr unterhaltsam und so, ich schwöre, ich schwöre, werdet ihr dabei gewesen diese Monate in Mallorca und so, aber bald wird was kommen und dann werdet ihr... Ja, das laberst du auch schon die ganze Zeit, dass da immer was kommt, da kommt gar nichts. Wahrscheinlich eine Studio-Session, was deinem Bruder da hochgelandet hat, dieser Rotz, wo ich das schon gehört habe, da wurde mir schlecht, wie kann man sowas vermarkten, allein der Produzent, der das produziert, wie kann der so eine Scheiße supporten, verstehe ich nicht, ich würde euch aus dem Studio schmeißen, ich würde sagen, hier Jungs, komm, wird nix, Alter. Ein paar Moves sehen. Genau, der macht keine Anteige, weil er weiß, dass das nach hinten losgeht. Ronny Ziegen sagt, auf jeden Fall hast du recht, Ronny Ziegen sagt, auf jeden Fall 100 Prozent, du hast recht, ich schwöre alles. Und das habe ich auch, habe ich mir auch gedacht, und dieses ganze Gespräch macht keinen Sinn. Mein Bruder sagt auch, egal ob diese Stelle, spreche dir dieses ganze Gespräch an, warum sollte eine erwachsene Frau sagen, warum sollte eine erwachsene Frau sagen, hey, meine Mutter ist da nicht daheim, das und das, warum soll die Mutter nichts davon wissen, warum soll sie sagen, hey, was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß, okay, sprühen wir ein bisschen vor, ist der Pedro Schützer, das glaube ich nicht, dass sie das mal ergibt gar keinen Sinn, das meine ich, wieso telefonieren Gökkan mit solchen Leuten, das sage ich euch, deswegen habe ich dir gesagt, Gökkan, du kleiner Orus-Buchuchu, du kleiner Hund mit deiner Schirchenfreundin, mit dieser kleinen Kachpa. Oh Mo, oh Mo, oh Mo, oh Mo, die nächste Frau, die du beleidigst, den nächsten Mann, den du beleidigst, der dir nichts getan hat, aber du irgendwelche Filme schiebst und denkst, ein Gökkan würde auch uns beauftragen, um Videos gegen dich zu machen, also ey, Mo, ich glaube, es sieht langsam nicht mehr so gut für dich aus. Ich habe auch gestern wegen dir, ich sage dir ganz ehrlich, während dem Livestream so viele Anrufe bekommen, da war nicht nur Gökkan dabei, da waren ganz, ganz andere Leute dabei, sehr viele Leute, ich will keine Namen sagen, sind in der Szene sehr groß und haben nach dir gefragt. Wo wohnst du? Was machst du? Wer bist du? Wieso redest du so? Keine Ahnung, ich kam mich schon vor wie dein Manager, als müsste ich mich jetzt für dich gerade machen. Ich habe gesagt, Bro, so und so sieht es aus, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin nicht sein Daddy, müsste ich ihn anschreiben, müsste ich ihn fragen. Weißt du, wo er wohnt? Bruder, keine Ahnung, ich weiß nur, er wohnt in Wien. Selbst wenn ich wissen würde, wo du wohnst, ich würde es den Leuten nicht sagen, weil ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass du am Ende, keine Ahnung, dort ans Auto gebunden wirst und hinterhergeschliffen wirst über die deutsche Grenze. Naja, gut. Okay, mit deiner scheren Kachbar, okay, was jeder kennt, die was den ganzen Tag am Bahnhofsviertel hängt, okay, du kleine Kachbar. Also nochmal, Leute, alles, was Mo sagt, ist auf ihn selber bezogen. Er tut immer versuchen, von sich abzuwenden und er ist derjenige, der jeden Tag am Bahnhof ist. Das sehen wir ja jeden Tag aufs Neue. Er ist jeden Tag am Bahnhof und fährt irgendwo hin. Ich glaube nicht mal, dass er, ich glaube, der fährt nur Station zu Station und da hole ich einfach nur sein scheiß Drecksmaterial am Bahnhof und das war's. Ach, schwer, schwer, schwer mit ihm. Okay, das sag ich dir. 10er, 15er, Kommander, egal, ihr wisst Bescheid. Goeckern hat sich von der Sache distanziert. Aber jetzt, er hat ein Problem mit mir, mir scheißegal, Goeckern. Du hast jetzt ein Problem mit mir, jetzt wird nicht mehr nett geredet. Meld dich, wenn du Eier hast, du Fotze. Ja, die haben sich bei dir gemeldet. Ich war live mit am Telefon dabei. Was will er, was will er, die können nichts gegen mich machen und deswegen will er mit solchen Leuten helfen, dass die meine Namen schlecht machen. Versteht ihr das nicht? Die sind vertweifelt, die sind vertweifelt, das sind Eierlecker, Eierlutter. Goeckern ist der größte Eierlecker. Genauso wie Werner Schwulfurt. Leute, komm, wir gucken noch ein bisschen, ich kann es nicht mehr hören, ey. Und dieser Christian Fakerlin und so. Und dieser Ferranchi. Das meine ich ja, wer sind diese Leute? Ich schraube alles, die haben sogar mit irgendwelchen Junkies auf Ersatzdrucken abgegeben, die Videos drüber gemacht haben. Warum? Management von wem? Management, er ist ein Hund, er ist ein Zwei-Tacken-Handlanger. Glaubt mir, er ist ein 2K-Handlanger. Du hast zwei K-Handlanger im Monat, du schuckst. Du hast deine Längel-Sch... Du hast zwei K-Handlanger für dich, zwei Tacken und sind nichts für dich, hörst du? Ich finde zwei K-Handlanger sind sehr viel Geld, Alter. Aber gut. Und wenn ich sage, du bist um 5 Uhr da, bist du 5 vor 5 da. Du F***er. Was ist das? Paria, du Arsch, die Sicht. Wie ein Soldat, der muss früher aufstehen. Bam, 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 er muss am Start sein. Sonst gibt's, ihr wisst schon. Was ist ein Paria, Leute? Klebt mich mal auf, schreibt's mal in die Kommentare. Was ist Paria? Steh ich auf dem Schlauch? Ich weiß ja vieles nicht. Von daher, schreibt's in die Kommentare. Für den Hauptschüler hier, ne? Ein paar saftige Cello-Cellos. Versteht ihr? Was für ein Management, er ist ein Hund. Und Zwerg-Tack nicht zu vergessen. Und seht ihr ja, mein Livestream ist gleich 3x live. Buh! Und jeder, der sich den Fake anschaut, kommt doch zu mir rein und schaut euch das Original an. Original ist Original. Mo, die Leute kommen bei mir in den Livestream rein, weil wir die Leute unterhalten. Du unterhältst uns ja irgendwo auch, deswegen reagieren wir ja auf dich, ja? Aber wir sagen ja immer was dazu. Deswegen kommen die lieber zu uns, als zu dem Original, okay? Weil du bist ein Hampelmann. Und die Leute können sich bei mir im Stream auch auslassen über dich, ohne gleich gebannt zu werden oder sonst was. Jeder darf da seine Meinung über dich sagen. Bei dir im Chat ist das ja nicht der Fall. Bei dir sind im Chat 30 Leute, 15 davon sind immer dieselben und 15 kommen immer irgendwie von mir dazu und die werden dann immer gebannt. Ach, so ist das Mo. Das ist das, Teflondon. Das sind Handlanger, nicht aber Kleescheibenhöhe. Deswegen habe ich gesagt, ey... Teflondon, ey, der hat wirklich Größen... Der ist größenwahnsinnig. Wie nennt man es? Napoleon-Komplex oder so. Der ist komplett weg. Du bist eine Gefahr, Mo. Du bist wirklich eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Ich sag dir mal, wie es ist. Du kannst doch nicht so... So kann man dich doch gar nicht auf die Straße lassen, Alter. Da muss doch jeder... Da müssen doch kleine Kinder Angst haben vor dir. Ich will gar nicht wissen, wenn da eine Schulklasse steht, ja? Oder so ein Kindergarten... Hort oder wie man das nennt, so ein Kindergartenverein da, ja? Da mit den Erziehern und so. Die gehen jetzt irgendwie einen Ausflug machen im Zoo oder so. Und dann kommst du vorbeigelaufen am Bahnhof. Ja, und machst da... Und du voll Spaß. Und bla 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 bla. Ey, die kleinen Kinder haben doch den Schock ihres Lebens. Die werden doch davon noch eine Woche lang träumen, Alter. Digga, benimm dich mal ein bisschen in der Öffentlichkeit. Alter, ehrlich. So zu Hause, okay, schrei rum. Ich glaub, das werden jetzt hier keine Kinder sehen unbedingt. Aber in der Öffentlichkeit, Alter, du benimmst dich wie die Axt im Wald, ey. Einziger von den... Was ich gesehen habe, Frank, okay. Er ist noch ein bisschen maskulin, aber die anderen... Kannst du in die Tonne schmeißen, Junge. Ich sag dazu jetzt nichts. Was für Tuxeln hast du dir geholt, Junge? Boah, wie drauf muss man sein? Ekelhaft, ey. Schau mal, ehrlich gesagt, Gökhan, was verdient denn so ein Django? Was will er bei ihm abziehen? Ich spür auf alles. Das sind irgendwelche Pedo-Support-Geschichten. Hä, was hat denn jetzt dein Verdienst mit Pedo-Support-Geschichten? Hä, was redest du da? Ey, du bist so ein Schwachkopf, Mo. Du bist so ein Schwachkopf. Mir fehlt echt die Kraft, langsam um über dich zu lachen, ja. Wir haben jetzt viel gelacht die letzten zwei Wochen. Ich glaub, die letzten zwei Wochen hab ich mich ja wirklich intensiv mit dir beschäftigt. Aber ich hab keine Kraft mehr, Alter. Das ist ja... Und gestern, wir haben sieben Stunden gestreamt. Davon haben wir, glaub ich, anderthalb Stunden oder zwei Stunden über dich gestreamt und gelacht und geredet. Digga, es ist so... Ey, das kostet so viel Kraft. Vor allem jetzt gerade, ich hab Corona, ich bin zu Hause, ja. Hab eh nicht so die Luft. Und dann dich als Thema behandeln ist echt sehr krass. Den Leuten im Hintergrund geht es eh noch um Geld. Mittlerweile jeder bemerkt hat, dass man mit dem Streaming Geld machen kann. Ist doch ganz normales Management-Prozente. Ist mir scheißegal, die Forza hat ein persönliches Problem mit mir, das weiß er jetzt auch. Du bist auf meiner Liste gehandelt, weil du bist im Milieu, auch wenn du nur ein Eierlecker, ein Hund bist, okay. Ein drei Tacken eierloser Hund, der mit 2K bezahlt wird. Das Eierlecken tut den ganzen Tag. Das weißt du auch. Kommt da noch was? Video von mir einzig, eine Minute von meinem Video. Ich hab denen Zeit gegeben. Ich schwöre, ein Tag vergeht. Ich denk mir, was ist das, Alter? Video anruf, normale Anruf. Wenn dieser Forza was von mir will, ruf direkt an oder verpiss dich von mir. Was willst du von mir? Hast du deine Tabletten nicht genommen? Oder was ist los mit dir, Alter? Das ist so lustig. Alles, was auf ihn zutrifft, unterstellt er den anderen. Du hast deine Tabletten scheinbar nicht genommen. Und deswegen bist du so drauf, wie du bist. Da kommst du klar. Warum bist du so neben der Spur, Junge? Echt, jetzt komm mal klar. Ich schwöre auf alles. Das kann ich euch sagen. Und die wissen auch. Ich hab auch dem Cengiz gesagt, glaub mir, jeder Herr Sehntel weiß, wer ich bin. Und das und das. Er hat nicht einmal gesagt, hey, das stimmt nicht. Oder hey, du bist verrückt oder so. Warum soll der das nicht machen, wenn er einen Herr Sehntel neben ihm sitzt? Weil ich ihm recht bin. Das ist genau das. Nochmal, er ist nicht bei den Hells Angels, Fullmember. Arschgesichter. Schau mal, dieser Oros-Butsu-Zu braucht mich nicht mehr anrufen. Du seht ja, für mich ist die Saki jetzt gek... Warum beleidigst du ihn mit so harten Wörtern? Warum ziehst du die Familie mit rein? Ich verstehe das nicht. Ich spreche jetzt hier auch ab, Leute. Falls ihr den Rest noch schauen wollt, dann wisst ihr ja, wo es zu finden ist, das Video. Auf jeden Fall tut es mir weh. Mir tut es leid. Dass jedes Mal eine Mutter mit reingezogen wird, eine Frau mit reingezogen wird, ein Kind mit reingezogen wird. Die absolut gar nichts mit diesem ganzen Scheiß hier zu tun haben. Ich habe Mo auch schon als H-Punkt beleidigt, aber mache ich jetzt nicht mehr. Doch, ich glaube sogar im Stream, weil er mich so abgefuckt hat, aber auch nur, weil er mich die ganze Zeit angreift. Aber der, ähm, na wie heißt er, Gökhan hat dich nicht angegriffen, ja. Die haben dich lediglich angerufen, wollten mit dir reden, was das soll, warum du Gerüchte verbreitest, von wegen er sei bei den Hells Angels. Mehr ist das nicht. Aber gut, okay, Leute. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir nähern uns den 3000 Abonnenten. Bedeutet, ähm, bei den 3000 Abonnenten, wenn wir die voll haben, witzig ein Gewinnspiel geben. Ich verlose diesen Atari. Den habe ich hier liegen, der mir sehr viel, der mir eigentlich sehr viel bedeutet, weil ich, äh, weil er es aus meiner Kindheit ist, ja. Und ich muss halt schauen, wie wir das mit dem Gewinnspiel machen und alles. Ihr wisst schon, was ich meine, ne. Also, Leute, ich küsse euer Herz und schöne Grüße an Mo. Jeder träumt von den Batzen und nem fetten Benz. In der Nacht unterwegs mit meinen letzten Cents. Am Hasseln, ich hab keine Zeit, um im Bett zu hangen. Ich kämpfe mein Ziel jeden Tag. Schreibe Bats und danach schneid ich Videos bis Nacht.